hehehe hol da Mimi nicht unterlassen okay was soll ich nicht stechen, gell? wow 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 haha schöner Pass brr ja, jetzt sind wir zu zweit jetzt werden wir mal kühlen haha, gegen die Wand nochmal und dahinten sieht ja nichts also und 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 Möchen? Ja. Fries mal. Hau! 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 Warme Bienen, hä? selber schuld, wenn du hinfliegst. Das ist euer Territorium, ja? Das war's für heute.